Was ist Heimat? Kinder der Grundschule Buxheim malten im Religionsunterricht, was für sie Heimat bedeutet, was ihnen wichtig ist, was sie vermissen würden. Maria und Franziska übergaben die Bilder an Tarsisio, Peter und Sammy aus Kenia. Sie sind derzeit als Gäste des KAW-Dirzusandverbandes Eichstätt in Buxheim. Ich habe mein Haus gemalt, meine Familie gemalt und meinen Hasen gemalt. Ich habe meine kleine Schwester beim Fahrradfahren und da habe ich mich selber auf der Schaukel gemalt. Da ist mein kleiner Bruder im Sandkasten und da ist der Papa beim Grillen. Also er kommt gerade aus dem Haus, da soll es dann weitergehen zum Haus. Ja, das ist das, was ich. Ja, das ist das.